15 Jahre lang stand Janina Hartwig als Schwester Hanna in der Serie Um Himmels Willen vor der Kamera. Und die stand in Landshut, dort wurde nämlich gedreht. 15 Jahre lang, das ist eine verdammt lange Zeit und da wundert es auch niemanden, dass ihr die Stadt in dieser Zeit ans Herz gewachsen ist. Aber auch Janina Hartwig, der Stadt und ihren Einwohnern. Und so wurde sie gefragt, ob sie denn nicht Lust hätte, einen sechsteiligen Stadtspaziergang aufzuzeichnen. Und am Ende des Tages, da durfte sich die gebürtige Ostberlinerin sogar noch ins goldene Buch der Stadt eintragen. So läuft's. Kamera auf. Ja. So ein Spaziergang an der Isar ist die Puma. Hier bin ich oft als Schwester Hanna mit einer Figur aus der Serie entlang spaziert und die hat dann von ihren Problemen erzählt und um Hilfe gebeten. Ach, ich bin irgendwie total froh, dass ich endlich wieder hier sein darf und mein Herz ist irgendwie von einer sonnigen Wehmut erfüllt, weil ich durfte 15 Jahre lang hier arbeiten und da wächst so eine Stadt natürlich einem ans Herz und ich freue mich auf die Menschen hier. Ich freue mich, dass ich auf diese Art und Weise den Landshutern auch wieder was zurückgeben kann, indem ich einfach in diesem virtuellen Stadtspaziergang den Leuten ihre Stadt zeige. Kamera läuft. Szene vor der Burg zeigt's mal. Und bitte. Rauf geht's auf die beeindruckende Burg Trauswitz. Hier war mal der Regierungssitz des alten Bayerns. Hier geht's ganz schön steil hinauf. Eigentlich waren die schönsten Erlebnisse immer die Erlebnisse mit den Menschen von Landshut. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir standen draußen hier vorne gleich in der Nähe in der Altstadt. Es war schon dunkel, es wurde langsam dunkel, es war kalt und wir mussten uns tierisch beeilen, weil es war so kalt und es wurde einfach, wir hatten kein Licht mehr. Und ich stand da so und froh und es kam ein Landshuter Mann vorbei und fragte mich, ob wir hier drehen. Ich sage, ja und ich habe so einen Hunger. Aha, sagte der, verschwand und nach einer Viertelstunde kam er wieder und brachte mir was warmes zu essen. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann einen so diese Stadt ans Herz wachsen lassen. Dem Regisseur hat dann aufgefallen, wenn im Hintergrund so die Tauben durchs Bild flattern, die haben wir dann mit Futter angelockt und die kamen auch. Aber bis wir dann endlich zum Drehen kamen, da waren die schon lange wieder weggeflogen und wir haben es nochmal probiert und nochmal. Und manchmal habe ich mich echt gefragt, wer spielt jetzt hier eigentlich die Hauptrolle, diese Tauben oder ich? Kleiner Scherz. Der letzte Drehtag war nicht hier in Landshut, sondern in München. Aber auch hier von Landshut konnten wir uns verabschieden. Und natürlich ist jeder letzte Drehtag ist schmerzhaft, ist klar. Und vor allen Dingen, wenn man 15 Jahre hier gearbeitet hat, also ich 15, viele sogar 20 Jahre. Aber so ist das halt und in jedem Ende liegt ein neuer Anfang und wir gehen jetzt neue Wege. Und bitte. Hier auf diesem Platz neben der Kirche, da wo jetzt die Bagger stehen, da stand immer unser Masken- und Garderomenmobil. Hier wurden wir ins Kostüm umgezogen und geschminkt. Ich darf diesen Stadtspaziergang drehen, das ist auch eine Menge Vorbereitungszeit. Ja, und so gibt es unfassbar viele neue Aufgaben. Ich werde im Herbst wieder Theater spielen in der Komödie im Bayerischen Hof mit Günter Maria Hallmer zusammen. Ja, und darauf freue ich mich. Gefreut hat sich Alina Hartwig auch über ihren Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Und dass er ihr im Beisein von Oberbürgermeister Alexander Putz fehlerfrei gelungen ist. Na, das ist ja vielleicht mal eine richtige Ehre. Und natürlich bedanke ich mich im Namen von unserer Filmproduktionsfirma NDF. Und aller Teammitglieder ist ja klar für 20 Jahre tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Landshut und mit seinen Bürgern. Das ist die Martinskirche. Das ist ein ganz besonderer Bau. Planieren Sie durch die Gassen und genießen Sie. Ja, danke. Am 15. Juni müssen alle Fans der Serie um Himmels Willen stark sein, denn da wird die letzte Folge ausgestrahlt. Ab dem 16. Juni können Sie dann aber den sechsteiligen Stadtspaziergang mit Janina Hartwig durch Landshut sehen. Und zwar auf der Internetseite der Stadt Landshut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017